Mein wahrhaft wirkliches Leben davor und danach von Robin Schneider Mein wahrhaft wirkliches Leben davor und danach ist ein Contemporary Romance, könnte man zumindest so bezeichnen, Einzelband. Also das Buch ist nach dem Ende tatsächlich abgeschlossen. Es handelt von dem jungen Ezra. Und Ezra ist eigentlich super beliebt gewesen, was vor allem daran gelegen hat, dass er Sport gemacht hat und darin sehr, sehr gut gewesen ist. Dann aber einen Autounfall nach einem Streit mit seiner Freundin. Und ja, danach kann er halt keinen Sport mehr machen. Er zieht sich so ein bisschen in sich selbst zurück und verliert langsam eigentlich so die Dinge, die ihm früher wichtig waren. Aber nicht unbedingt, weil er sie, weil die Leute sich von ihm abwenden, sondern vielmehr, weil er sich von diesen Dingen abwendet. Ja, und dann lernt er eben noch Cassidy kennen, die relativ neu an der Schule ist und zwischen den beiden funkt es dann so ein wenig. Empfehlen würde ich das Buch auf jeden Fall Freunden von etwas tiefgründigeren Geschichten und auch Freunden von Geschichten, in denen ein bisschen Humor eine Rolle spielt und die vielleicht auch mal was anderes lesen möchten, was nicht so ganz dem 0815-Typ entspricht. Ich hatte mir vor allem von dem Buch erwartet, dass es ganz anders ist als Bücher, die ich normalerweise lese. Also Contemporary Romance, was ich normalerweise lese, ist ja dieses cutige, flauschige Love Story mit einer weiblichen Protagonistin und einem Typen, mit dem sie sich dann regelmäßig irgendwelche Wortduelle liefert. Das ist so das, was ich kenne und was ich mag. Hier hatte ich mir erwartet, dass es ein bisschen anders ist. Und die Bewertungen, die das Buch hat, die haben das auch versprochen, dass es anders wird. Deshalb war ich wahrscheinlich zu Beginn des Buches auch so ein bisschen enttäuscht von dem Ganzen. Das hat sich im Laufe des Buches etwas gelegt, aber gerade zu Beginn, ja, also der Protagonist ist halt zu Beginn des Buches total beliebt und der hatte auch diese Beliebtheit total genossen. Also es ist nicht so dieses, ich bin beliebt, ich weiß gar nicht wie und eigentlich fühle ich mich unwohl gewesen, sondern er hat das in vollen Zügen genossen. Diese Freunde, die der da hatte, waren alles andere als das. Besonders die Freundin, also das Mädchen, mit dem er zusammen war, war halt, die ist ganz furchtbar. Also der Charakter von der, der ist furchtbar, furchtbar. Und Ezra hat das irgendwie nicht bemerkt. Und ich bin halt jemand, der sich sehr, sehr schwer damit tut, wenn ich einmal mir eine Meinung von einem Charakter gebildet habe, das gilt übrigens auch für Menschen im Real Life bei mir, habe ich festgestellt, dass ich diese Meinung dann wieder ändere. Also da muss schon einiges passieren. Und ja, Bücher dieser Art sind also eigentlich nicht so ganz meins. Ein anderes Beispiel dafür ist zum Beispiel auch Before I Fall. Also wenn du stirbst, zieht dein ganzes Leben an dir vorbei, sagen sie. Da habe ich ähnliche Gefühle gehabt. Allerdings war es hier nicht so, dass Ezra irgendwie, dass irgendwie Ezra mega unsympathisch gewesen wäre, sondern halt nur das Umfeld, das er sich ausgewählt hat. Und dieses Umfeld ändert sich halt komplett nach Ezras Unfall. Was ich hier gut fand, das war vor allem, dass die Veränderungen, die da stattfand, eben nicht von Ezras Umfeld ausgingen, so wie ich das gerade schon in der Beschreibung gesagt habe, sondern eigentlich von Ezra selbst. Also ihn hat der Unfall verändert und nicht die Meinung seiner Mitmenschen über ihn. Das ist generell was, was ich in Romanen oft falsch dargestellt empfinde. Also man nimmt dieser schüchternen Maus die Brille ab und tada, alle mögen sie und die Beliebte der Schule bekommt einen Eimer über den Kopf und voila, alle finden die ganz, ganz furchtbar, diese Tussi. Aber im wirklichen Leben funktioniert das eben nicht so. Also diese innere Haltung ist viel entscheidender, als uns Romane oft Glauben machen wollen, als dieses Äußere. Und Meinungen von Leuten innerhalb von einer sozialen Gruppe ändern sich eigentlich nicht so super schnell. Und das funktioniert im wirklichen Leben halt einfach nicht so, wie das in Büchern oft der Fall ist oder auch in Teenie-Filmen. Dieses Buch hat das, finde ich, sehr gut eingefangen. Ebenfalls total gut eingefangen hat die Geschichte, diesen Coming-of-Age-Faktor. Generell sprüht dieses Buch von dem Gefühl, was das Jugendalter so wenig ausmacht. Also die Zukunftsängste, das Gefühl, dass alles möglich ist. Die Freiheit, Verantwortungslosigkeit so ein wenig. Diese Wankelmütigkeit in dem, was will ich für meine Zukunft. Einfach alles, was das Genre ausmacht. Der Schreibstil hat das super geschafft, gerade auch die Liebesgeschichte glaubhaft drüber zu bringen. Ich mochte auch wirklich beide sehr, sehr gern. Das passiert ja auch relativ selten. Leider ist es trotzdem so, dass das Buch Längen hatte. Zu Beginn habe ich mich halt mit diesen Freunden von Ezra sehr schwer getan und wollte da eigentlich kaum weiterlesen. Das war so, ach. Die sind auch bis zum Ende des Buches sehr blass und klischeehaft geblieben. Also die Freunde, die er ganz am Anfang des Buches hatte. Aber im Laufe des Buches gab es halt auch sehr, sehr viele Stellen, die, ja, einfach für mich aus meiner Sichtweise langweilig gewesen sind. Da hätte man meiner Meinung nach wirklich viel wegkürzen können, um das Buch irgendwie ein bisschen kompakter zu machen. Ja, und dann ist das Ende da. Ich finde das Ende echt mutig. Ich finde, das ist super ausgeführt worden und dadurch ist es halt sehr, sehr lebensnah geblieben. Also wenn ich nur das Ende bewerten würde, würde das Buch tatsächlich fünf Sterne von mir bekommen. Aber ein Buch besteht halt leider nicht nur aus dem Schluss. Und ja, wenn die Geschlechterrollen vertauscht wären, hätte ich es wahrscheinlich nochmal so hundertmal geiler gefunden. Aber so war das trotzdem, ja, war das trotzdem gut und beeindruckend und, ja, wahrhaft wirklich. Und das Ende war vor allem auch dieses andere, was ich mir von dem Buch erwartet hatte. Und ja, deshalb hat mir das wirklich gut gefallen. Ich kann mir vorstellen, dass sich vielleicht einige bei dem Buch langweilen werden, aber ich glaube auch, dass viele das Buch wirklich sehr, sehr, sehr gut finden werden. Das ist, glaube ich, so ein bisschen Geschmackssache. Ich glaube halt, dass das Buch sehr, sehr viel bietet und deshalb auch, ja, lesenswert auf jeden Fall ist. Am Ende hat das Buch von mir dann 3,5 Sterne bekommen. Und ja, wie bereits gesagt, würde ich das Leuten empfehlen, die vielleicht mal was anderes lesen wollen und die sich vielleicht auch nicht daran stören, wenn die Story nicht so ganz extrem dicht geschrieben ist, sondern halt mehr auf den Schreibstil wertgelegt wird. Das war meine Meinung zu mein wahrhaft wirkliches Leben davor und danach. Ich wünsche euch noch einen ganz, ganz tollen Tag. Vielen Dank fürs Zuhören und goodbye. Bye.